Willkommen zurück! Jetzt machen wir die Antenne für die Anna her. Die Antenne haben wir die Antenne für die Flüge. Wacken! Oh mein Gott, ey! Wohohoho! Wow! Nein! Da habe ich da auch schon. Aber eine der Klappen, die an Händeknissen sind, deaktivieren den Sicherungskasten. Äh, ja, genau, es geht auch. Ich brauch das! Darauf werden wir alle anderen abekompetenieren. Oh, nee. Äh, du sind das viele! Leck mich doch am Arsch! Die Aranahe kreisen am Himmel, bis sie zuschlagen. Behlan, kannst du die Türme ausschalten? Die Antelle ist hinter der Brücke. Können wir das Signal blocken? Geht klar. Siehst du einen großen Hebel? Ziehen, dann habe ich Zugriff. Das ist ein Hebel. Das ist ein Hebel. Geht mal in die Türme. Geht mal. Siehst du wieder, ist natürlich sicherlich. Jetzt kommt der Brücke. Achtung! Unbefugte hat Kutzen entdeckt. Gegenmaßnahmen eingereitet. Hey, Lan, was ist los? Okay, warte. Ja, braucht eine Sekunde, um uns das System zuzugreifen. Oh, alle einreisen! Schießen! Schießen, Dike! Oh, Dike! Oh, Dike! Hashtag, we'll be in so heavy! Hm? Heißen, diesmal hab ich's nicht geschafft. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey! Oh mein fucking goodness! Oh fuck it. Oh mein Gott. Geschafft! Zweite Klappe öffnet sich jetzt. Ich denke nicht, dass es noch ein Begang gibt. Sollte passen. Das war an der Seite. Versuchen wir einmal rum. Geschafft! Kontrolle der Flaktürme ist jetzt lokal. Können am Terminal ausgeschaltet werden. Tschüss Geschütze! Da ist Mercer. Was? Über hier. Am Fenster. Mercer, sieh zu. Ach ja? Gut. Er soll ruhig sehen, was passiert. Ach, da oben. Da oben, da oben, da oben. Noch mal ein bisschen hier. Ich hab nicht keins mehr. Wo ist es? Da oben, da oben, da oben. Ach ja. Da oben, da oben, da oben. Da oben, da oben. Wir haben ja auch die Flakten. Und die Flakten. Die Flakten? Führung! Scottin-1-5! Wo ist unsere Feuerunterstützung? Mäkel! Mäkel! Hardy! Was ist hier los? Hardy! Rückzug! Der Fee von Atemburg! Was? Krieg? Ruhm das Team zurück! Sie haben diese Einrichtung verloren. Verbrennen Sie gern mit ihr. Diese Dach ist gestellten. Lester kommt hoch! Zum Wohnturm! Mal sehen, wer zuerst da ist. Den krall ich mir. Ich weiß, du hörst mich. Du hörst meinen Funkverkehr. Selbst jetzt leitet meine Stimme dich. Meine Befehle, wie früher. Du fährst bald. Ich bin nicht allein hier. Ja, du und all deine Freunde wuselnd da unten rum, veranstaltet Chaos. Du hast nie besonders diszipliniert. Aber Fortschritt lässt dich nicht aufhalten. Das nennst du Fortschritt? Meister! Halt! Ich hab's geschafft! Ich weiß nicht, ich treffe die nicht. Eigentlich könnte ich theoretisch die andere Waffe nehmen. Ich glaube, wir gewinnen. Alle drei Klaas kämpfen vereint. Die RDA flieht. Heilingsleute sind weg. Hast du die Förderneidung schon entdeckt? Mösser ist unterwegs, Gotti. Ich prüge ihn! Hier! Falschgesichtet! Blödes, mieses Stück! Oh, nee! Wies! Fuck! 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 Ich glaube, wir gewinnen. Alle drei Klaas kämpfen. Geht aus, Lappi! Kapiert! Ich glaube, wir gewinnen. Alle drei Klaas kämpfen vereint. Die Arten flieht. Heilingsleute sind weg. Hast du die Förderladung schon entdeckt? Mösser ist unterwegs dorthin. Ich folge ihm! Geht aus. Nein Adrian! Geht aus. Sehen Sie wieder! Nic geworden sind wir En Punkte auch noch beide investieren. Oh mein, du blödes Stück Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du blödes Stück Scheiße. Oh mein Gott. Sie sind hier. Schieß gar nicht erst auf das Glas. Dann wiederum. Immer los. Verdeute deine Munition. Warum bist du noch hier? Ich würde meine hart erkämpfte Freiheit ja genießen. Hast dich wohl an Metall und Glas gewöhnt. Findest es draußen ätzend? Packst es nicht. Du kommst zu diesen Orten zurück. Zu mir. Das lasse ich nicht zu. Ich werde die Ladung aufhalten. Geh lieber, solange du noch kannst. Ach ja? Hording ist weg. Die Navi zerstören deine Basis. Du bist allein. Und du wirst hier verrecken. Dein Drecksmond wird dich verschlingen. Daylan, wo geht er hin? Nach unten. Zur Startkammer. Bin unterwegs. An alle Beschäftigten. Hier spricht John Mercer. Wenn ihr diese Ansage hört, heißt das, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Auf der richtigen Seite zu stehen. Etwas zu bewirken. Standhaft zu bleiben und nicht der Zeit hinzufliegen. Ganz das Pandora hat mit uns hier hin. Die Hölle ihre Folgen hilft. Doch die Hölle bietet auch Schoss. Diese Förderladung führt die Region von der ergiebigsten Höhenfeldpandorasbach. Und euch bringt ein Gehaltsbonus. Will denn das Land bitte zu einer Ölbasis machen? Du kämpfst noch wie ein wildes Ding. Ein Löwe, der sich gegen den Käfig wirft, weil so warum die Clans dich hierher kommen ließen. Sie wissen, dass es vorbei ist. Ihr könnt nicht gewinnen. Wissen Sie, wie du alle hängen gelassen hast? Was für eine Enttäuschung du warst. Wie du Schmerzen und Leid angetroffen hast. Wie der einfach versucht, sie zu manipulieren. Deine Schwester sterben lassen. Sie zu manipulieren. Ich muss bei ihm auf Klo. Ich lass ihn mal quatschen. Kann hier sein, dass er ein kleiner Schnitt ist? Ich hab gerade aus, was hat mich auch noch geändert. Ich will nicht. Ich will nicht. Ach, das ist nicht. Oh, weh. Oh mein Gott. Ich bin bei der Ladestelle. Die wird wohl betankt. Sieh nach. Ich höre dich kommen. Die Tanks laufen. Kannst du mich hören? Ich höre die Tanks. Ich höre die Tanks. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei 10 Prozent. Die Böden, die Böden! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Achtung, Betankung läuft. Vorschriften für Gewahrstoffe sind vereinsbar. Ich bin bei der Ladestelle. Sie wird wohl betankt. Zina. Sie sind vorbei. Was? Zina, ich höre dich kommen. Sie kommt raus. Kannst du mich hören? Zerstör die Zeit. Ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Das ist ein Witz. Ich geh mir so hart auf den Sack gerade. Ich bin vorbei. Ich bin vorbei. Barsenur besiegt die Filme. Sie hat sich festgenagelt. Sie trennen den Kegel! Oh, schützt ihn da aus. Okay, weg! Komm schon! Jetzt! Du bist siegessicher? Ich kann die Sprengladung manuell steuern. Wir sind hier tief genug unten. Die Ladung geht ebenso gut hoch, wo sie jetzt ist. Ich kriege dieses Öl. Alle deine Mühe waren nicht aus kleiner Unannehmlichkeiten für mich. Ich beende es selbst. Aber das wirst du nicht erleben. Nicht, wenn mein Freund hier mit dir fertig ist. Was bist du denn? Nein, es geht! Du musst alle zurück beordern! Yes! Hörst du mich! Wer sagt es? Es muss über die Feuerwehr gehen! Bist du dich! Bist du da? Rinella, brauche dich! Ich kann die Sprengladung! Hörst du gleich! Rinella! Alter! Ich hab keine Heilung! Weg mich! Weg mich! Weg mich! Warte mal! Au! 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 Aua! Au! Au! doch um passen Alter, ich seh nix selber hier alles, was noch rauch ist. Alter, ich schauke mich. Komm raus, komm raus, wenn du dich bestätzt! Komm raus, komm raus, wenn du dich bestätzt! Oh Mann, ey! Jetzt endlich kaputt! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wie eine Bombe? Kannst du's stoppen? Nicht von hier! Vielleicht... Vielleicht was? Du könntest die Ladung aus dem Kontrollraum heraus anheben. Zurück zur Basis. Alter. Ried Nella, du musst alle zurückrufen. Die letzten Aldi-Leute sind geflohen. Die Clans feiern. Es ist auszusehen. Ich kann die Ladung nicht stoppen. Sie wird explodieren. Aber die Zerstörung. Nur diese Basis. Ich bringe sie nach oben. Bist du bei einem Ausgang? Ich gehe nicht ohne Zailers. Alter Volker. Oh. Sollen wir wetten? Ich wette meinen Arsch, dass der Elan sich jetzt aufhat, weil er ja so viele Fehler gemacht hat. Sollen wir wetten? Alter. Ich komme hier nicht. Oh Gott, ey, was ist das hier? Äh. Oh, das war knapp. Oh mein Gott. Deyland, die Ladung kommt jetzt hoch. Gut. Sehr gut. Du musst weg. Okay? Flieh. Mercer will die Ladung vor der Explosion nach unten bringen. Ich halte ihn hin. Deyland, nein! Wir verschwinden hier gemeinsam. Schon gut. Ich muss es tun. Ich muss. Ich... Ich kann ihn aufhalten. Für uns alle. Deyland! Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschö.